Ich verstehe, ich verstehe es nicht. Es ist echt Hammer, dass du noch lebst. So allgemein nicht, nicht nur heute. Wie du das geschafft hast, so lange noch. Viele Schlägereien, aber nicht eben. Hast du dich gebügelt? Ich war immer auf beiden Seiten. Mal zu dem, mal zu dem. Warum nicht boxen? Und irgendwelche Penner da getroffen? Ja. Wenn ich mit denen da sitze, scheint es so zu sein. Wir haben viel Schnaps, ich habe viel Schnaps gekauft. Im Penny-Arschmarkt. Viel Sangria. Ich trinke selber nicht. Aber die wollten, dass ich da mit ihrem Geld hole. Aber das ist nicht so zu sein. Ich habe einen Wälder ausprobiert. Bei Penny oder was? Ja, ich habe einen Wälder. Ich habe einen Wälder. Ich habe einen Wälder. Ich habe einen Wälder. Ich habe einen Wälder.